Okay, die kommen definitiv nach. Das heißt, ich werde wohl tatsächlich irgendwie versuchen müssen, die Leichen zu verbrennen. Das heißt, die nächste Fackel... ...geht auf die Leichen. Ich bin auf jeden Fall dafür drauf. Aber das hier ist zum Beispiel auch eine verbrannte Leiche, ne? So, warte mal, das waren die Formant Quarters. Das heißt, ich will ja hier runter... ...an den Ratten vorbei. Hattest du einen der drei gefüllt? Das kann gut sein. Ich würde... Das würde mich nicht wundern, wenn ich die hier wahrscheinlich... ...ähm, ein bisschen voller machen kann. Cool, wenn ich angegriffen werde, kann ich... ...kann ich die Ratten... ...kann ich, kann ich nichts aufheben, aber das ist auch gut zu wissen. Das ist jetzt zwar eine absolut verschwendete Heilung... ...vermö buttons. Aber kann ich halt... ...auch nicht ändern. Bis wann hast du vor, zu machen? Maximal nur noch eine Stunde. Ich brauche tatsächlich den Schlaf für die warmen Tage, weil es könnte ja immer sein, dass ich beliebig länger machen muss. Und natürlich mit einer Fackel. Aber das Gute ist, ich habe jetzt wenigstens mal ein Gefühl fürs Spiel. Was war das denn eben? Wow! Wow! Wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Okay! YouTube wird dieses Thumbnail nicht mögen. Ich dachte, hier liegt noch eine Nachricht. Wow! Wow! Yay! Holy shit! Okay! Die Kiste ist jetzt tatsächlich kaputt gegangen. Jeit! Das war eine schwere Box der Erschütterung danach. Ja, dafür konnte ich die ziemlich leicht aufheben, um ehrlich zu sein. Ich dachte, hier liegt vielleicht noch ein Zettel. Na gut, komm. Vielleicht kommt der Dogger um die Ecke wegen der Erschütterung der Kiste. Ja, ist ja gut! Meine Güte! Krasse Kiste auf jeden Fall. Habe ich gerade da vorne eine Ratte gesehen, oder...? Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das kann man sprengen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht! Wissen auf die Entdeckung, wie die Arschung ist. Ich weiß nicht, wie das hier war. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht verließe, nicht planen. Ich bin jetzt sicher. Ich bin jetzt nicht immer das Leben. Und jetzt bin ich nicht nur das Leben. Ich bin jetzt nicht zu sein, sondern. Ich bin ein compositeierter. Aber warum ich hab freigeschaltet, Saboteur Sag mal so aus Interesse Der kommt jetzt nicht die Leiter hoch, oder? Wie soll der jetzt eigentlich heißen? Hans? Echt, Hans? Hans ist sehr aufdringlich Hans, geht's der Flammenwerfer Ich höre ihn immer noch da rummosern Und gleich ist halt auch der Strom wieder weg Sag mal Ja, Strom ist wieder weg Gut Gut, das sind dann die Dinge, mit denen ich wohl leben muss Ein Erste-Hilfe-Kasten? Kommen selbst Schwerverletzte wieder Okay, das ist einfach nur eine größere Heilung Äh, apropos, ich werde eine Heilung verwenden müssen So schwerverletzt wie ich bin Ach, guck mal, eine Granade Alter, sind diese Was ist das denn? Warum genau Warum genau Das ist ja Pumpe, das ist eine Granade Warum war ich jetzt hier? Warum? Warum wollte ich zum MG-Bunker? Ich hab da oben irgendwas übersehen, glaube ich Entweder hab ich oben oder unten was übersehen Eins von beidem Oder ging's um seinen Spind So, wenn Blablabla An mich Oder an den Pater Er geht so wie Verbrennen Ich glaub vom Pater hab ich noch nichts, ne? Ne Verbleib des Schraubenschlüssels Wenn sie sich bei vor Stanford Von wem hab ich Stanford Stanford Wo Ist der Schraubenschlüssel? Halt die Klappe Da unten Ich baller dir gleich eine Granade Ins Gesicht, du Ich hab vorhin Irgendwas Irgende Da war doch ein Zettelbild Zum Aufheben Das ging safe um seine Spindkombination Verdammt Okay Das wird jetzt ein langes Zurückschleichen Hab ich die Befürchtung Weil ich will auch Oh Gott Weil das Problem Oh Das Ding ist natürlich Wenn ich jetzt nicht Rechtzeitig zurückkomme Um zu speichern Darf ich den ganzen Bums Nochmal machen, ne? Na Wer nicht wagt Der nicht verliert, wa? Ich hoffe Hans ist heute gut mit mir gesinnt In der Hoffnung, dass er jetzt in den Wänden Verweilt 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 Dämliches Ratesspiel Ich muss erhören, wo er ist Ich hasse sowas Irgendwo da Irgendwo da Besser als mit nem Kamerablitz Zu ersehen Da kannst du Gift draufnehmen Ja, verschütten will ich's nicht? Darunter stellen und hoffen will ich eigentlich nicht riskieren Ich kann's schnell googeln, aber Riskieren will ich das nicht Das ist mein einziger, den ich hier mit hab Aus dem hab ich noch Die eine Fackel, um die Leiche zu verbrennen Das ist mein einzig, das ist mein einzig, das ist mein einzig. Ich bin persönlich gerade Sehr froh Dass wir nicht dieses Panik Halluzination Angstsystem im Dunkeln haben Weniger stressen Tut mich das Ganze hier trotzdem nicht Aber das ver... Ach, guck mal da Shit, der kommt von oben Aber das hat nicht die Leiche verbrannt Und du kannst mir nicht sagen, dass ich Scheiße geworfen hab Also doch schon, aber... Wahrscheinlich muss ich die mit Benzin übergießen, ja Boah, Alter, stresst mich das hier Also nicht so böser Stress, Stress Sondern es ist einfach Weiß ich nicht Bisschen nervig Aber das Schöne ist, ich weiß ungefähr, wie das viel funktioniert Das macht es für mich zum Glück dadurch weniger, weniger gruselig Alter Willst du mich verharschen? Dankeschön für die 200 Bits Aber WTF Also entweder Entweder war der jetzt gerade einfach nur hinter mir Was mich nie im Leben gehört Nie im Leben Nie im Leben Dummes Arschloch Alter Das Monster ist gar nicht das Problem Ja, das Ding vom, vom, vom Dings ist weg Ja Das Monster ist überhaupt nicht das Problem Das Problem ist dieses Fuck, es ist dunkel Fuck, der könnte jetzt überall einfach so rauskommen Und Ich hab grad Progress gemacht Und wenn ich sterbe, ist der weg Kein Auto speichern Diese Lampe hier ist mein einziger Speicherpunkt Okay Ich will aber zum Mission Mission, Mission, Mission Storage Ich muss immer zum Mission Storage Ich hab da ein paar Äh, ne Ach komm Fuck it Abgespeichert Es saß die Tür auf Drauf geschissen Ob der reinkommt Oder nicht Alter Schwede Wie geht's dir eigentlich, mein Freund Wo kommst du denn jetzt her Digga, verarschen kann ich mich alleine Was mit dieser Ratte Ich weiß, die Holztür bringt mir nicht viel gegen das Vieh Aber gegen die Ratte schon Eher Hast du den Deutschen schon geopfert? Nein Nein So, warte mal Ich habe Barden Ich hab Barden mit 0343 Ich habe Jiro, Boucher und Stafford Da ist Boucher Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht 0084 Sehr einfallsreich 0084 Nice Ein weiterer Inventarplatz Finde ich gut Und dann haben wir noch Stafford Stafford ist erstmal viel wichtiger 0869 Da ist auch der Schraubenschlüssel drin 0 8 6 9 fucking Schraubenschlüssel, Alter Und Und Giro Giro Mit 9 4 2 7 9 4 2 Das Feuerzeug Oh, nice Und Eau Claire mit 9845 9 8 4 5 Äh, kleine Aussage Donnerstag, kein Stream, ne? Weil ich bin mit meiner Mama verabredet Dafür streamen wir morgen Sofern ich nicht zu lange arbeiten muss Ich weiß nicht die Zeit, aber Dusk hat fallen, und zwar, natürlich Kein Wort Wenn ich den Sektor fragte, er schrugte, als wenn ich mich gefragt habe, wann es nächst wird, wenn es nächst wird. Diese Fools around mir, lachen, trinken, armen, armen, wissen sie, was ich gemacht habe? Sie wissen, was ich gemacht habe? Ich denke, sie müssen alle sein, was etwas zu tun. Und zwar sie lachen, trinken, armen, Gott weiß, was ich getan habe. Ich wundere, ob sein Tagebuch besser als mein eigenes sein könnte. Vier, fünf gibt es noch zu finden. Boah, aber ganz ehrlich, geht's dir gut? Ich lasse es für heute. Ich mach doch nicht noch mal ne Stunde. Wir haben jetzt geil Progress gemacht. Das war jetzt... Hoh, holler die Waldfee. Zwei Erste-Hilfe-Packs sind da. Der Lappen kommt rein, das Feuerzeug behalten wir. So. Happy Geh, gute Nacht. Danke dir fürs Reinschauen. Danke, danke. Und auch danke nochmal für deinen Reset. Boah. Okay. Ich hab'n gutes Gefühl. Für das Vieh soweit. Wir können jetzt im Gefängnistrakt das Gitter öffnen, dank dem Schraubenschlüssel. Da weiß ich, da gab es eins. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob's hier unten im Arsenal auch nochmal eins gab. Ich glaube aber schon, um zu den Tunneln zu kommen. Aber Gefängnis wäre das eher perfekt. Ey, ganz ehrlich? Ich glaub' für die ersten drei Stunden haben wir eigentlich ganz geil was gerissen. Ich muss jetzt aber noch weiter Videos hochladen, weil sonst kommen die nächsten Tage keine Videos auf dem YouTube-Kanal. Bis bald! Das war's für heute. Das war's für heute.